Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Heute wird wieder geschnetzelt. Ob gut oder schlecht, finden wir gleich heraus. Ich halte mich kurz, weil das ist, glaube ich, das einzig Sinnvolle bei diesem Film. Und damit herzlich willkommen zu der Besprechung von Batschas Rackhorn. Und mit mir dabei ist der Zero. Moin. Moin. Ich bin Till und wir legen los mit eben diesem Film, der laut Verleih im Oktober startet. So, das ist Info Nummer 1. Und daran halten wir uns jetzt. Und zwar am 3.10. Weil überall anders steht, dass es der 19.9. ist. Aber wie gesagt, 24 Bilder, so heißt der Verleih, schreibt 3.10. Und dann gehen wir einfach mal davon aus, dass das auch so stimmt. Genau, hier bei uns heißt er Batschas Rackhorn. Im Original Batschas Book 2, Doppelpunkt, Rackhorn. Weil es gibt einen Teil 1 und ich habe noch gesagt, den gucke ich mir auf jeden Fall vorher noch an. Habe ich natürlich nicht. Weil ich bin relativ eingespannt im Fantasy Filmfest und gucke gerade irgendwie einen Film nach dem anderen. Du ja, glaube ich, auch. Und hast du den ersten Teil geguckt, bevor du uns sagst, worum es geht hier im zweiten? Ich bin da genau wie du. Ich wollte um den gucken. Ich habe mir da halt viel durchgelesen und ein paar Reviews zu. Und viele meinen auch, den muss man jetzt nicht gucken, um den Film verstanden zu haben. In dem zweiten, also haben wir, ich muss lachen, schon mal verstanden bei dem Film. Ja, ja. Er macht die Story nicht und die Namen sind auch irgendwie anders. Also zum Beispiel eine Figur, die gleich vorkommt, heißt Crusher. Die heißt in einem anderen Film irgendwie noch Oswald und hat einen normalen Nachnamen. Vielleicht hat man da ein bisschen Vorwissen, aber anscheinend soll es einem keinen Mehrwert geben, den ersten Teil geguckt zu haben. Ja, aber dieser, der böse Hauptcharakter, der Clyde, der ist ja auch im ersten Teil gar nicht bei, ne? Der Nick bis Kupeck, nö, der ist nicht dabei. Also von da ist er auch scheißegal. Es ist nur Michael Swarton, ne, der den Crusher spielt, der ist in beiden Teilen dabei. Na gut. Und ich glaube, der ältere Herr, der vorkommt, und das ist so ein, wie nennen wir das, ja, wir könnten gleich Hinterwettler sagen, ich glaube, einfach so ein älterer Mann, der an so einer Tankstelle mitsteht, der heißt Wilbur, der ist im ersten Teil auch schon mit dabei. Aber ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Ja, ich denke auch. Worum geht's? Worum geht's? Wir haben eine Gruppe von den Führern um Josh, Sarah, Brian und Rico. In der Gruppe ist Sarah eigentlich mit Brian zusammen, bumst aber mit Rico. Und Josh ist irgendwie ihr Cousin. Ja, und die haben einen Autounfall und ja, dann kommen sie in die Hände von den Kannibalen, wie du schon erwähnt hast und ich, Clyde und Crusher und dann wird mehr oder weniger ein bisschen geschnetzelt. Ja, das ist so die ganze Grundstory des Films. Ist halt ein sehr einfacher Kannibalen-Slasher. Ja, einfach, was auch einfach ist, sind die, ist der Cast, denn wenn ein Film 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute bei Letterboxd stehen hat aus dem Cast und nur zwei davon haben ein Foto, das heißt schon einiges. Kennt ungefähr niemanden. Ich kenne auch den Hauptdarsteller, den schurkigen Kannibalen nicht. Der kommt aber jetzt in The Mousetrap, in dem Mickey-Mouse-Horrorfilm, der rauskommt, wird der mit dabei sein, falls das irgendjemand interessiert. Und dieser Crusher, ein Plan, der hat auch nur so, eigentlich nur Dreck gemacht, wenn man das mal so sagen darf. Ja, Batschers, ich, was kann man, also was kann man sagen, außer die Entführer verkacken es, es wird geschnetzelt und der Film ist vorbei. Also der hat jeder, jeder, Freitag, der 13. Film ist tiefer, hat eine deepere Storyline, würde ich mal sagen, oder? Ja, die Story ist da, fällt der Film halt leider mit. Es ist, alle Ereignisse und Reaktionen der ganzen Charaktere kennt man schon, die sind teilweise auch so dumm und dämlich. Also für mich kam teilweise vor, ich so, soll das jetzt vielleicht eine Parodie auf so einen Kannibalen-Slasher sein, weil die so überstilisiert sind, aber anscheinend auch nicht. Und es ist, es ist auf dem Brett, wahrscheinlich haben sie gesagt, wow, das ist ganz cool. Wenn du es natürlich schlechte Schauspieler hast, dann kommt das alles so komisch rüber und das haben wir hier überwiegend. Also da ist keiner, der wirklich bedrohlich rüberkommt, obwohl Stimmen behaupten, dass halt Nick Biskopek, den Kleid, das ist bedrohlich. Ich so, nee, der ist so überstilisiert. Ich fand es halt irgendwie wirklich lustig und unterhaltsam. Und an der Story ist halt wirklich gar kein Fleisch dran. Ja, das stimmt, das ist absolut nicht. Und das Einzige, was einen so ein bisschen wach hält, ist im Endeffekt die wirklich wenig vorhandenen, aber dafür ganz gut gemachten Gore-Szenen, weil es sind nicht nur Kills, sondern auch irgendwelche Torture-Szenen. Beziehungsweise eigentlich sind es nur zwei. Und eine davon ist so eine, die soll, glaube ich, schocken und das ist gerade für uns Männer auch vielleicht nicht leicht zu gucken, aber es hat mich wirklich richtig kalt gelassen, auch wenn full frontal drauf gehalten wurde. Aber das hat mich so gar nicht gekriegt. Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Das Schlimme ist da, die haben bei der anderen Torture-Szene, haben sie halt weggeschnitten vorher. Das fand ich deutlich schlimmer, was ich mir dann so vorgestellt habe. Und am Ende sah die Person dann auch nicht so schlimm getortet aus eigentlich. Aber die spezielle Szene, da ist das Ding, eigentlich das Ding, es sieht halt auch so lächerlich aus. Und dann geht das Messer, ist das glaube ich, was er dann nimmt, geht dann durch wie Butter. Also das ist dann so weit weg davon, dass es halt auch irgendwie eher lustiger ist. Und er macht dann immer noch so dumme Sprüche dann dabei, die gar nicht passen. Also ich dachte auch an, oh Gott, jetzt zieht sich aber bei mir alles zusammen. Dann schaue ich mir das an und denke mir so, ach ja. Kann man mal machen. Kann man machen, hätte man geiler machen können. Und, ach ja nee, komm, lass mal weg. Schade, weil die Szenen, die hätten den Film vielleicht noch ein bisschen abgehoben. Wie gesagt, also ich habe vorher auch nichts Gutes gehört, habe das Schlimmste erwartet. Vom Look sah er dann gar nicht so scheiße aus. Also der hat schon so einen Look, wo ich sage, wenn der im Kino kommt, okay, dafür haben sie jetzt eine gute Kamera benutzt. Das sieht also nicht wie der letzte Low-Budget-Rotz aus. Aber dann verkacken sie es halt in den Sachen, die sie können müssten, in halt diesen ganzen Gore-Splatter-Torscher-Szenen. Und das hat jetzt, er holt keinen vor dem Sessel vor. Das ist halt das Problem. Ja, das stimmt. Das ist so das, was den Film am Leben halten könnte, wäre, das haben sie nicht so ganz geil umgesetzt. Der Gewaltgrad ist nämlich theoretisch eigentlich ganz gut. Und Crusher heißt auch Crusher aus gutem Grund. Und das sah auch gar nicht schlecht aus, was er da macht. Und es gab einen Kopfschuss, der nicht so gut aussah gegen Ende. Das war nicht so eine ganz coole Attrappe. Aber ansonsten bringt der Film so in jedem Belang nicht so das, was man gerne hätte. Allerdings haben wir hier immerhin ein interessantes Final Girl? Fragezeichen. Fand ich aber ganz cool, tatsächlich. Ich glaube, damit hat der Film der Kleid auch ein bisschen rumgespielt, weil ihn das auch überrascht hat, was da denn jetzt nun Phase ist mit dem Entführungsopfer, was wir ja auch noch haben. Ja, aber sonst haben wir nichts Besonderes mehr, muss man einfach so sagen. Wie gesagt, über Final Girl wurde auch viel, in Klammern wurde auch viel geschrieben. Und ich habe mich auch dann erst gewundert. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein, ich habe den Film wirklich erst frisch vor der Aufnahme, so am gleichen Tag noch erst geschaut. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, als ich meine Notizen gemacht habe, erwähnen die das selber irgendwie im Film richtig? Weil eigentlich Kleid ja klar als Antagonisten eigentlich nur von Beleidigungen lebt. Und so wirklich thematisiert er das gar nicht. Wo ich mich dann gewundert habe, warum? Weil eigentlich, du bist jetzt der Böse, du könntest ja egal was rausreißen. Umso schlechter wir dich als Zuschauer finden, umso besser, umso abstoßender. Und ich finde, die gehen da halt nicht full frontal dann dafür. Ich finde das gut an sich. Aber dafür machen sie daraus zu wenig. Nur als so leichten Verwirrungspunkt. Weil ich dann auch erst schon vorher überlegt hatte. Also ich habe diesen Twist, der dann kommt, den habe ich doch relativ früher gesehen. Als so ein paar Szenen waren, wo das ja jeweilige, die endperson halt schon rumgelaufen ist. Und dann habe ich schon gedacht, ja okay, das könnte oder so oder so sein. Nee, es muss so sein. Und dann wurde es auch so aufgelöst. Ich finde die Idee gut und auch wirklich passend eigentlich für heutzutage. Aber ich hätte die gern besser umgesetzt gehabt. Ja, das finde ich auch. Es ist auch so, es war jedem scheißegal. Also es hat niemanden irgendwie gejuckt, so wie eigentlich unser Alltag aussehen müsste. Aber der Kleid der Oberkannibale, dass der da nichts draus gemacht hat, wie du schon gesagt hast. Das klingt so ein bisschen, als hätten die Regisseure dann Schiss gehabt, irgendwie das Thema, das Fass aufzumachen. Hätten sie ruhig machen sollen. Aber ja. Da gebe ich als Tipp wirklich mal an die Hand. Es gibt natürlich auch schon zwei, drei, vielleicht vier deutsche Rezensionen. Da wird um das Thema immer schön verschwiegen. Und wenn du dir so amerikanische anguckst oder französische, war auch lustig. Da gehen die schon aber full frontal auf das Thema drauf. Da sind die, glaube ich, nicht so zimperlich, wie wir bei uns in Deutschland. Und ich muss sagen, ja, es sollte normal sein. Aber dafür haben sie die jeweilige Person halt falsch aufgebaut. Ganz einfach. Dafür, dass sich dann später keiner so irgendwie, oh, nee, so ist das. Da finde ich, da haben sie dann den Impact, den sie hätten haben können dafür, haben sie halt weggelassen. Was dem Film vielleicht sogar noch in der Außendarstellung ein bisschen geholfen hätte, wenn sie vielleicht da ein bisschen mehr mit gemacht hätten. So bleibt und ist der halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Also eher eigentlich gar nichts. Das stimmt. Ich habe hier, wir können ohne, das ist wahrscheinlich, warte mal, was ist denn das? Ich weiß nicht, welche Sprache das ist. Hier hat jemand einen Stern gegeben, aber bei Letterboxd und schreibt, Ich gaf null Sternen in den Mogelik, afgehackte Piemel. So, und das klingt irgendwie cool. Und das, mehr muss man nicht dazu sagen, außer das, was diese Letterboxd-Ritzen sind, dazu sagt. Denn ich überlege die ganze Zeit, wie wir diesen Film noch ausquetschen können. Aber das sind schon verdammte zwölf Minuten, die wir jetzt hier haben, bevor geschnitten wurde. Ich denke tatsächlich, wir sollten nicht weiter darüber reden und allen Menschen sagen, 19.9. oder 3.10. versucht, diesen Film zu meiden. Und wenn es euch interessiert, guckt doch mal freitags bei Prime rein, ob nicht für 99 Cent das Ding dabei ist. Noch nicht mal dann, tut mir leid. Nee, warte, 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 bis der inkludiert ist. Ja, dann eben gar nicht. Im Stream vielleicht. Man muss immer sagen, auch bei Filmen, das ist immer ganz wichtig, finde ich, wir sehen das schon an, da haben sich Leute hingesetzt, die wollten wahrscheinlich was Gutes machen. Alles cool. Es gibt auch ein paar Punkte, wie gesagt, für die Kamera, dass das auch wirklich gar nicht wie der letzte Rotz aussieht. Das Drehbuch, da haben sie sich halt vielleicht ein bisschen vertüddelt, weil das einfach gar nicht passt. Von den Schauspielern, die bringen es halt auch null rüber. Und zum Abschluss irgendwie noch, obwohl das gar nicht ein bräuniges Falsch wird, es gibt halt keine Sympathiefigur für einen, weil alle sind scheiße. Und das beim Horrorfilm, der schon sonst nicht viel hat, da bleibt halt nichts. Und interessant, oder ich wusste es halt nicht, wusstest du, was Rekorn vorher ist? Achso, nö. Ich habe dann gegoogelt, also erstmal natürlich einen Übersetzer reingepackt, weil mir gar nichts gesagt hat. Da hat er nichts gefunden. Dann habe ich einfach mal ganz normal andere Seiten durchgesucht. Und das ist wohl ein spezielles Jagdmesser. Ja, okay, theoretisch, unsere beiden Antagonisten da, beiden Hillbilly-Kannibalen, ja, die jagen, klar, ja, im weitesten Sinne. Also, naja, das sagt alles. Also mehr hätte ich sonst aber auch nicht rauszuquetschen. Nee, und das Messer, ich habe das gerade mal gegoogelt, das kommt mir jetzt nicht bekannt vor, dieses Messer. Also, von daher, alles großer Quatsch. Ja. So ist es, so ist es. Damit müssen wir, damit machen wir einen Sack zu, Feierabend, würde ich sagen. Also, das sollte sich niemand, sollte sich niemand angucken. Wir haben es getan, weil wir euch alle sehr lieben und durch die Hölle gehen. Ich hatte mich vorher so gefreut und dann habe ich gehört, dass der scheiße ist. Ja, ja, genau, bei mir auch. Und der hat halt an sich Batschers. Es klingt so, für so Slasher klingt das schon gut, aber lasst euch da nicht täuschen, weil er hat halt wirklich nichts. Also, für richtig Hardcore, Hardcore-Leute, ey, wenn ihr dann sagt, der ist zwei von fünf, vielleicht zweieinhalb, ey, da könnte ich vielleicht sogar noch bei einigen Leuten mitgehen, ne, die Dinger schockend finden, die passieren. Wer dem drei Sterne gibt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Absolut, der stellt auf Nutella in den Kühlschrank, kann man das absolut verloren. Ja. Kann man nichts mehr machen. Schön. Dann das Wichtigste zum Schluss, was besser ist als dieser Film, sind uns überall da zu folgen, wo es fantastische Likes gibt und Daumen hoch und Follow-Button und was es nicht alles gibt. Denn bei uns sind keine Batschers, sondern nur einfach sehr attraktive, gutaussehende und äußerst charmante Podcaster. Ganz voran natürlich wir. Und guckt mal rein, wir haben auch einen tollen Discord. Zero, ich bin raus. Du hast das letzte Wort. Anders als beim Butcher gibt es bei uns auch mal lustiges Schauspiel zu bestaunen, nämlich, wie du schon sagst, im Discord. Ich habe jetzt dazu auch nichts mehr. Ich lege mich jetzt dann doch wieder schlafen. Das ist mir zu viel heute. Ja, gute Nacht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.